Hallo zusammen, der Kai von der Industrie-Arena hier für Voice of CNC und wir befinden uns auf der AMB auf dem Stand von Moto X und der Herr Schoch hier an meiner linken Seite als Innovator und Innovationstreibender im Bereich von automatisierten Fluid-Management und ich richte mal kurz die Frage an Sie, was haben Sie hier als Exponat auf der AMB mitgebracht, was ist die Neuheit, was ist die Innovation, die Sie uns zeigen können? Wir haben da relativ viel gemacht in der Vergangenheit, also jetzt haben wir eigentlich das neueste Gerät hier, das aus unserer Sicht so ziemlich das beinhaltet, was die Vergangenheit uns gelernt hat. Wir haben hier eine Station, die in der Lage ist, nicht nur ein bisschen Kühlmittel zu mischen und zu betreiben, sondern es hat auch noch viel mehr dazu. Wir haben eigentlich ein netzwerkähnliches System gebaut und der Plan ist, dass das Ganze irgendwann mal so selbstverständlich ist, automatisch befüllen, messen und regeln, wie irgendwie im Auto das Navigationssystem. Also dass jeder eigentlich das zu einem vernünftigen Preis kaufen kann und auch Spaß daran hat, weil es so gut ist. Also somit ist das Management und die Kontrolle in jedem Betrieb zugänglich zu machen und auch bezahlbar zu machen? Genau den, ja. Und vor allem ist halt immer noch heute so, dass sehr viele, die machen das, ich sage mal, noch von Hand nicht, dass es von Hand nicht gut wäre, aber es kann auch mal vergessen werden, etwas zu tun und dann die Misere ist groß und meistens kommt dann erst die Erkenntnis. Also Prävention wird auf jeden Fall groß geschrieben. Prävention, die Systeme wären jetzt hier, man kann es jetzt wirklich kaufen. Ja, sehr schön. Dann danke ich erstmal für diesen kleinen und kurzen Anblick und hoffentlich dann auch bald zu sehen bei der Industrie Arena. Bis zum nächsten Mal.